Abgeschlossen. Eine Zeitung. Eine Zeitung finde ich gut. Den lassen wir erst mal stehen, hier, den Pimpf. Ja, ja, genau. Ähm, haben sie nur die arabische Zeitung hier. Der goldene Siegelring dort mit dem Skarabeus aus Jaspis gefällt mir am besten. In der altägyptischen Kultur wurden diese Käfer als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt. Heute werden sie nahe so rümpfend als Mistkäfer abgetan. Den Käfern kann es egal sein. Wobei ich die sehr beeindruckend finde. Also so ein Haufen aus Scheiße muss man erst mal formen können. Die sehen wirklich gut aus. Und die sind auch ziemliche Akrobaten auf den Dingern. Und ich muss auch sagen, diese kleinen Skarabeenfigürchen, die gibt es dort auch überall zu kaufen. Das ist halt auch so ein Touristending, das man dort kaufen kann. Habe ich damals auch einen mitgekauft. Aber ich war da auch noch relativ klein. Ich finde den aber heute noch ziemlich schön. Die sehen schon ziemlich hübsch aus, muss ich sagen. Also es ist schon ganz nett gemacht. Herr Kreuzer sorgt heute Abend bei der Ausstellungseröffnung für die musikalische Untermalung. Ob noch etwas anderes auf seiner Agenda steht? Ich glaube nicht. Und er könnte jetzt mal aufhören, hier rumzuklimpern auf dem Ding ständig. Wie ist die Akustik, Herr Kreuzer? Mäßig. Wie bei einer großen Steinhalle nicht anders zu erwarten. Oh, mäßig. Wie fühlt es sich an, unter Mordverdacht gestanden und gerade noch davongekommen zu sein? Die Sache hätte für Sie böse enden können. Sie hatten kein Alibi, es war Ihre Waffe. Ich muss zugeben, ich kann mir Angenehmeres vorstellen, als von Inspektor Leckron dem Angel genommen zu werden. Ihre Schnüffelei hat sich diesmal tatsächlich für mich ausgezahlt. Hatten Sie mich nie im Verdacht? Für den Mord? Nein, ich halte Sie für zu intelligent, um jemanden mit der eigenen Waffe zu erschießen und sich für die Tatzeit kein Alibi zu besorgen. Weiß ich nicht, ob das so intelligent ist, ganz ehrlich. Bisher hat er auf mich nicht so den Eindruck gemacht. Es scheinen gleich mehrere Schiffspassagiere heute Morgen hier zu sein. Fast alle. Ihr habt mich kurz mit dem Butler der Baronin unterhalten unter uns. Es scheint ganz froh zu sein, die alte Fregatten los zu sein. Herr Kreuzer! Die kleine Miss Meyers war auch da. Leider scheint sie schon wieder verschwunden zu sein. Vergessen Sie es, sie ist verlobt. Und natürlich ist die alte Hex mit der Pflegerin und ihrem Gschraub auch da. Was haben Sie eigentlich gegen Lady Westmacott? Die Lady ist gefühlloser als die Königin der Nacht. Ihren eigenen Sohn hat sie verjagt. Eiskalt abgesägt. Ich kannte ihn flüchtig, ist nach Amerika geflohen, weil er sie mit ihr nicht mehr ausgehalten hat. Hm. Hat sich einer der Gäste verdächtig benommen? Hat sich jemand besonders für die Schatzkammer oder für das Sicherheitssystem interessiert? Keine Ahnung. Ich prüfe die Akustik, dann bin ich weg und komme erst zur Gala heute Abend wieder. Mich interessieren Ihre Detektivspielchen nur bedingt. Die Zeitungen heute Morgen sind voll mit Berichten über die Geschehnisse an Bord. Ist mir auch schon aufgefallen. Jemand muss noch vom Schiff aus die Presse informiert haben. Vermutlich hat er für die Geschichte eine hübsche Stange Geld bekommen. Und schon wieder will man mir was anhängen. Aber nein, Herr Wachtmeister, ich war es nicht. Hab nicht einmal dran gedacht. Und wer immer es getan hat, war ein Stümper. Wieso? Die Geschichte ist in allen Zeitungen. Man bekommt mehr Geld, wenn man die dreckige Wäsche der Leute exklusiv an eine Zeitung verkauft. Was glauben Sie, wer es war? Hm. Der Junge? Der blinde Passagier? Der Kapitän hat auf eine Anzeige verzichtet und hat ihn heute Morgen laufen lassen. Aber bis dahin saß er die ganze Zeit in der Zelle. Na dann vielleicht Miss Myers. Mitunter will sie Schauspielerin werden und braucht ein bisschen Publicity. Wer auch immer es war, er wollte die Geschichte verbreitet wissen. Und es ging ihm dabei nicht ums Geld. Nur, worum geht es dann? Nun gut, ich freue mich auf das Konzert. Es dürfte ein unvergesslicher Abend werden. Wie gesagt, ich glaube, es war der Rabe selber, um auch einfach Inspektor Legrand insofern unter Druck zu setzen, dass er nicht die Ermittlungen erneut aufnimmt, weil die Zeitungen erneut sagen, jetzt ist es abgeschlossen. Und vielleicht macht es auch der Dialekt aus, dass ich ihn für nicht so intelligent halte, denn... Ja, ich weiß auch nicht, der ist so komisch, ne? Das ist halt die, also ich kenne halt nur den, um ehrlich zu sein, den Wiener Dialekt von den Österreichern. Der klingt ein bisschen anders, auch ein bisschen angenehmer, wenn auch ein bisschen hochnäsiger. Was aber auch gut zu den Wienern selbst passt, womit ich jetzt keine Vorteile schüren möchte, aber als wir letztens dort waren, um ein paar Tage Urlaub zu machen, es war schon recht beeindruckend, wie aggressiv die dort teilweise miteinander umgehen, im Straßenverkehr und in der Straßenbahn und so. War schon interessant. Ähm, ja, vielleicht macht das auch einfach dieser Dialekt, ich weiß es nicht. Na gut, schauen wir uns zwar ein bisschen weiter um. Das dürfte die Schatzkammer sein, in der das Auge des Sphinx ausgestellt werden soll. Die Vitrine steht schon bereit. Schön, schön, aber erstmal reden wir mit der Wache, würde ich sagen. Gut ausgebildete Wachen sind normalerweise das beste Sicherheitssystem. Allerdings konnten sie in London gegen den Raben nichts ausrichten. Heute Abend bei der Gala wird es sicherlich von Wachleuten wimmeln. Gut möglich, dass auch die örtliche Polizei einige Beamte abstellt. Gute ausgebildete Wachen... Okay, das kennen wir schon. Guter Gewalt bei der Schatzkammer, würde ich sagen. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Wenn wir reinkommen. No, sir. Ich gehöre zur Schweizer Polizei und will die Sicherheitsvorkehrungen prüfen. Niemand darf die Schatzkammer betreten, bis die Lieferung eingetroffen ist. Tja. Okay. Dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir überhaupt machen können. Gehen wir mal wieder vor. Okay. Ach, wir können hier in die Haupthalle. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen vor. Na gut, dann gehen wir erstmal den Weg. Oho. Hier ist er. Richtig was los. Wie hübsch. Gut, schauen wir uns mal um. Ob wir irgendwo vielleicht... Wir sind noch im Nationalmuseum von Kairo, oder? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ob wir irgendwo auch die Maske von Tutankhamun finden. Die ist ja dort so das Hauptausstellungsstück. Und auch wirklich kostbar, muss man sagen. Also die sieht schon wirklich gut aus. Hatte ich mir damals auch mit, als wir in Ägypten waren, waren wir auch mit im Nationalmuseum und haben uns die auch mit angeschaut. Mehrere Dolch in einer Reihe. Alle wirken einerseits alt, andererseits auch wieder nicht. Die Formen und Muster sind zeitlos elegant. So, so. Ja, da hatten wir uns das auch mit angeschaut. Und was ich aber eigentlich beeindruckender fand, waren die Mumien, die teilweise dort mit waren. Also da lag die... Die haben einige Mumien dort nur unter eine Glasvitrine quasi gepackt. Also mit offenem Sargophag. Da war der Deckel dann abgehoben. Und da lag zum Beispiel Ramses II. rum. Der hat ein lustiges Gesicht gemacht. Also, weiß nicht, ob es das bei Google gibt, aber müsst ihr euch mal anschauen. Der sieht schon lustig aus, wie er da so liegt. Fast, als ob er lachen würde. Ist ein bisschen merkwürdig, aber hat Spaß gemacht, den anzuschauen. Was steht hier? Mhm. 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 Der Dolch links ist eine Replik des Dolches aus dem Grabe des Tut and Jamun. Er muss zu dessen Lebzeiten unvorstellbar kostbar gewesen sein, weil er aus Eisen ist. Ja, tausende vor der Eisenzeit waren Meteoriten die einzige Quelle für reines Eisen. Da fällt also mit viel Primborium ein Stern vom Himmel und bringt ein unbekanntes Material mit sich, das härter ist als alles, was man zu der Zeit kannte. Kein Wunder, dass daraus eine Waffe für den gottgleichen Pharao geschmiedet wurde. Ja, und mit der Waffe könnte man dann auch gute Vorteile im Kampf erzielen. Ich glaube, das war bei den Kanaanitern in Israel gewesen. Ich glaube, die hatten... Oh, warum war das denn? Doch, ich glaube, die Kanaaniter hatten Eisenwaffen, Stahlwaffen? Eisen, Eisen sicherlich. Und haben gegen irgendjemanden mit Bronzeschwertern gekämpft und haben da aufgrund der besseren Waffen einfach gewonnen, weil die anderen Waffen quasi eingeschnitten wurden. Also die haben halt so unglaubliche Abnutzungserscheinungen im Kampf erlitten, dass die alle unbrauchbar geworden sind während des Kampfes. Bin mir aber nicht sicher. Also ich glaube, das war dort in der Ecke, aber ich weiß nicht mehr, wie rum das war. Irgendwie so war das. Also es gab es auch schon in der Historie, dass das wirklich was ausgemacht hat im Kampf, die Waffen. Hm. Aha. Hier wird gezeigt, wie die alten Ägypter die schweren Steinblöcke bewegen konnten, mit denen sie die Pyramiden und die Tempel gebaut haben. Sie benutzten Seile, Holzschlitten und Stangen als Hebel. Noch irgendwas? Diese Ausstellungsstücke sind natürlich keine Originale. Sie wurden anhand alter Bilder rekonstruiert. Nächste. Nichtsdestotrotz beeindruckend, wie mit so primitiven Hilfsmitteln Monumente wie die Pyramiden gebaut werden konnten. Das sind keine Originale, die großen Dinger hier. Gut, haben wir ja die Figur. Schauen wir uns die noch an. Machen wir mal einen kleinen Museumsrundgang hier, würde ich sagen. Ist doch auch ganz schön. Eine Figur von Imhotep, der in Frieden kommt, um 2700 v. Chr. Der erste namentlich bekannte Universalgelehrte. Vater der Medizin, Baumeister der ersten Pyramide und der Legende nach Erfinder der ägyptischen Schrift. Der hat in seinem Leben mehr erreicht als ich. Der ist auch sehr legendär. Der ist bekannter geworden als der Pharao, für den er die Pyramide gebaut hatte damals. Und er wurde richtig als Zauberer verehrt, wenn ich mich richtig entsinne. Weil er wirklich, der war halt wirklich ein Universalgelehrte und hat wirklich viel gemacht. Und auf ihn geht halt auch die erste Pyramide zurück. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Pharao hieß, der die Pyramide in Auftrag gegeben hat. Aber Imhotep war halt einfach viel bekannter am Ende als er, obwohl er eigentlich nur ein ganz einfacher Mann war. Und man konnte halt damals auch schon, wenn man wirklich was drauf hatte, aufsteigen. Und ich glaube, er wurde sogar teilweise fast schon als Gott verehrt, weil er eben so gut war und so viel erreicht hat, was dann auch einfach hängen geblieben ist. Er war eine Legende. Die Griechen hielten ihn für einen Gott. Die alten Römer verehrten ihn noch 3000 Jahre nach seinem Tod. Sag ich auch. Doch bis in unsere Zeit opferten Gelehrte Imhotep einen Tropfen Tinte, wenn sie ein neues Werk begannen. Wirklich beeindruckend. So, man sollte vielleicht einfach mal ab und zu denen alles sagen lassen. Dann bräuchte ich mir, das kann ich mir eigentlich die Erklärung sparen, die ich so im Kopf habe hier dazu. Das ist Echnaton. Der einzige Pharao, dessen Bildnis ich immer erkenne. Er hat einen sehr ungewöhnlichen Charakterkopf. Ja, und Echnaton ist auch ein ganz Interessanter. Das ist der Vater von Tutankhamun, der übrigens eigentlich bei seiner Geburt Tutankhaton hieß. Und Echnaton war der allererste, der versucht hat, einen monotheistischen Glauben zu etablieren. Vorher, also eigentlich haben die Ägypter ja einen Götterpantheon quasi mit vielen Göttern. Das ist ja eigentlich ein polytheistischer Glaube gewesen. Und Echnaton hat entschieden, dass er nur einem Gott, ich weiß nicht, ob es den vorher schon mit gab im Pantheon, oder ob er ihn dann quasi erst geprägt hat, so, namens Aton, dass er nur dem noch folgen möchte. Und zu seinen Lebzeiten wurde das König, oder die Hauptstadt des Reiches in eine eigene Stadt verlegt, die er frisch gebaut hat. Und alle mussten eine Aton huldigen. Allerdings ist das Ganze, er wohl dachte halt eigentlich, dass er damit was für die Ewigkeit macht. Wie er gestorben ist, ist das Ganze dann wieder erledigt gewesen, weil die Priesterkaste fand das natürlich gar nicht geil, dass sie da quasi arbeitslos gemacht wurde, wenn sie für andere Götter halt waren. Und er ist dann auch in ziemlich Schimpf und Schande, glaube ich, gekommen danach. Und wie gesagt, sein Sohn hieß eigentlich Tutanch-Aton, ich weiß nicht mehr, was genau das heißt, der von Aton gesegnet oder irgendwie so, keine Ahnung, wusste ich mal. Und hat sich dann in Tutanch-Ammun umbenennen lassen nach dem Tod, womit er quasi die Rückbesinnung auf den Polytheismus wieder ins Leben gerufen hat. Und der Glaube an Aton war wirklich bloß zu der Regentschaft von Echnaton präsent. So, ja. Echnaton war der Gemahl der Nefretete und der Vater von Tutanch-Ammun. Eine berühmte Familie. In die Geschichte eingegangen ist er jedoch als der Pharao, der den alten Götterkanon abschaffen und an seine Stelle einen einzigen Gott setzen wollte. Die Priester haben ihm das Übel genommen und er kam unter ungeklärten Umständen ums Leben. Ja, und wieder hat er das gesagt, was ich eigentlich auch schon gesagt habe. Stimmt, der war auch noch der Mann von Nefretete, das hatte ich auch ganz vergessen. War ja auch eine ganz interessante Persönlichkeit, denn die war eine mächtige First Lady sozusagen. Also die ist ja auch sehr bekannt geworden, Nefretete. Gut, aber schauen wir mal weiter, was wir sonst noch so haben. Hier haben wir noch einen Schaukasten. Und die Musik ist irgendwie schön, muss ich sagen, die gefällt mir gut. Ah, davon habe ich gehört. Wüstenglas. In der großen Sandsee, in der libyschen Wüste, gibt es eine Region, in der natürliches Glas vorkommt. Niemand weiß, wie es entstanden ist. Auf jeden Fall wurde das kostbare Material im alten Ägypten häufig als Schmuck verwendet. Aha, das kannte ich auch noch nicht. Wieder was gelernt. Schön, schön. So, ansonsten haben wir hier jetzt erstmal... Halt, was hatten wir hier? Achso, gehe ich hinauf. Ja gut, das wollen wir nicht. Dann manchmal eine ganz, ganz kurze Aufnahmepause und wir sehen uns direkt wieder. Dann schauen wir mal, was wir hier sonst noch so im Museum finden können. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.